Ein astrologisches Großereignis steht diese Woche an. Der wichtigste Beziehungsneumond des Jahres in der Waage ist zugleich eine mächtige, ringförmige Sonnenfinsternis. Die Auswirkungen können einerseits dramatisch, aber andererseits auch großartig sein. Für manche steht womöglich die Beziehung auf dem Prüfstand, aber manche erhalten auch die einzigartige Chance, ihren Seelenpartner zu finden. Es wird auf jeden Fall eine spannende Woche und darum geht es in diesem Beitrag. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast mit den Tendenzen zur Finsterniswoche vom 30. September bis zum 6. Oktober 2024. In dieser Woche erleben wir den großen Beziehungsneumond des Jahres im Universalhoroskop. Das ist nämlich jedes Jahr der Neumond in der Waage und diesmal erscheint er uns als ringförmige Sonnenfinsternis. Der exakte Moment ist am Mittwoch, den 2. Oktober um 20.49 Uhr. Sichtbar ist diese Finsternis allerdings nur im äußersten Süden Südamerikas und über dem Pazifik. In der Seele spürbar ist sie aufgrund ihrer Stärke aber garantiert für alle, die sensibel und empfänglich dafür sind. Der ganze Tag, der Abend und auch die Nacht auf den 3. Oktober eignen sich für besondere Rituale und eine Meditation, um die Kraft dieses Neumonds zu nutzen. Stellt euch die Sonnenfinsternis vor wie diesen Spiegel, wie auf diesem Bild. Ein Spiegel, in dem sich eure persönliche Vergangenheit zeigt. Euer Karma, aber vielleicht auch ein Seelenpartner, mit dem euch ein Band verknüpft, was schon lange besteht, vielleicht sogar aus einem vorherigen Leben. Und wenn ihr in Deutschland lebt, bekommt ihr als Geschenk noch den Feiertag dazu und könnt euch ausgiebig Zeit für ein kraftvolles Ritual nehmen. Finsternisse haben immer eine schicksalhafte Note. Das liegt daran, dass sie in Verbindung mit den Schicksalsanzeigern Mondknoten stattfinden. Und je dichter die Mondknoten bei der Neumondkonstellation, also zu Sonne und Mond stehen, desto radikaler, wirksamer und schicksalhafter ist die Finsternis. Das trifft für die aktuelle ringförmige Sonnenfinsternis am 2. Oktober zu, die hier ganz dicht am Mondknoten stattfindet und zwar am absteigenden Mondknoten. Das heißt, es geht darum, zurückzublicken und zu erkennen, wie unser Karma der Vergangenheit unser heutiges Leben beeinflusst. Andererseits unterstützt die Konstellationen feste und verlässliche Beziehungen, in denen man sich etwas zusammen aufgebaut hat und wo man sich nicht so leicht aus der Fassung bringen lässt. Das sehen wir an diesem schönen, großen Harmoniedreieck zwischen den Liebesplaneten Venus, Mars und Stabilitätsplanet Saturn. Das ist doch eine sehr schöne Botschaft, oder? Die Symbolik einer Sonnenfinsternis ist folgende. Der Mond verdeckt für einige Minuten das Licht der Sonne. Das bedeutet astrologisch, dass das Licht unseres Bewusstseins währenddessen quasi ausgeschaltet wird. Und das ist die Gelegenheit für Schattenanteile unserer Persönlichkeit hervorzukommen und Aufmerksamkeit zu fordern. Und unsere Aufgabe ist dann hinzuschauen, nicht zu werten, sondern einfach wahrzunehmen, was da hochkommt, auch wenn es schmerzlich sein sollte. Vielleicht müssen wir uns eingestehen, dass wir in der Vergangenheit Fehler gemacht haben. Aber möglicherweise haben wir nun auch Erkenntnisse, die uns helfen, uns mit unseren Schatten zu versöhnen und sowohl uns selbst als auch anderen Beteiligten zu verzeihen. Das wird uns helfen, verdrängte Gefühle wieder zu integrieren und zu akzeptieren. Beteiligt an der Sonnenfinstkonstellation ist auch unser kosmischer Sprecher Merkur und kann als Sprachrohr für unsere Schattenanteile und verdrängten Gefühle fungieren. Deshalb lauscht mal nach innen und versucht liebevoll anzunehmen, was jetzt hochkommt. Vielleicht sind es sogar Botschaften aus einer vorherigen Inkarnation. Achtet in diesen Tagen darauf, welche Botschaften ihr empfangt, vielleicht auch im Traum oder einfach als Eingebungen und haltet Smartphone oder Notizbuch bereit, um sie euch zu notieren. Eingebunden in die Sonnenfinsternis ist auch Schamanin Lilith, die danach strebt, verdrängte Gefühle und Instinkte endlich wahrzunehmen und Gerechtigkeit einzufordern. Das sind intensive und aufregende Konstellationen. Deshalb rechnet damit, dass euch ganz plötzlich ein Strom von Gefühlen überwältigen kann oder dass vielleicht eine ganz kleine Bemerkung von jemandem eine riesige Reaktion hervorruft. Auch umgekehrt kann es passieren, dass ihr bei jemandem mit einer unbedachten Äußerung oder einem Verhalten etwas triggert und eine unerwartet heftige Reaktion auslöst. Stellt euch darauf ein und seid nachsichtig mit anderen und euch selbst. Es sind sensible Tage rund um diese Sonnenfinsternis, die in unseren Beziehungen vieles in Bewegung bringen können. Möglich auch, dass uns das schlechte Gewissen über irgendeinen Fehler der Vergangenheit plagt oder dass wir einer Beziehung nachtrauern, vielleicht wegen einer Trennung, die wir nicht gewollt haben. Jetzt könnte der ganze Schmerz wieder hochkommen und so manches, was wir vielleicht vorher immer unter den Teppich gekehrt haben, damit Frieden herrscht oder auch, weil wir uns von der Beziehung abhängig gemacht haben, lässt sich jetzt nicht mehr verdrängen. Das eine ist zu erkennen, was wir bei uns selbst finden und wo wir etwas tun können, zum Beispiel durch die Arbeit mit dem inneren Kind. Das andere ist jedoch, und das kann besonders schmerzlich sein, dass wir vielleicht auch manchmal erkennen müssen, wenn jemand, mit dem wir zu tun haben, einfach toxisch für uns ist. Da ist es manchmal besser, bei dieser Person auf Abstand zu gehen. Auch das kann zu diesem Beziehungsneumond in der Waage ein großes Thema sein. In der Sonnenfinsternis ist auch ein Geschenk verborgen, denn immer, wenn die Mondknoten aktiviert werden, steigen die Chancen für Menschen, auf den Seelenpartner zu treffen. Wobei es wichtig ist, zu verstehen, dass ein Seelenpartner nicht nur ein Beziehungspartner sein muss. Das kann auch ein besonderer Freund sein oder sogar ein Kollege, mit dem man zusammenarbeitet und spürt, dass man gemeinsam eine kosmische Aufgabe hat. Aber besonders schön ist es natürlich, jemanden zu treffen, wenn ihr tatsächlich auf der Suche nach der großen Seelenliebe seid. Und tatsächlich sind die Chancen einer schicksalhaften Begegnung rund um diese Sonnenfinsternis signifikant erhöht. Und dazu gehört auch, jemanden erneut zu begegnen, sei es von früher oder sogar aus einem vorherigen Leben. Und zwar ganz besonders, wenn ihr Venus, Mars, Mond, den Aszendenten oder die Sonne in den Zeichen Widder oder Waage habt. Falls ihr euch jetzt fragt, wie ihr das rausfinden könnt, dann gibt es da eine tolle neue Möglichkeit für euch. Besucht mich auf Instagram und kommentiert einfach Horoskop. Dann erwartet ihr eine private Nachricht von mir mit einem Überblick über all eure Planeten. Ganz konkret kann ich euch auf jeden Fall hier verraten, welche Geburtstagskinder die Sonnenfinsternis besonders stark empfinden werden. Also aufgepasst, wenn ihr wieder seid und zwischen dem 27. März und dem 1. April Geburtstag habt. Und ebenso, wenn ihr Waage seid und zwischen dem 30. September und dem 5. Oktober Geburtstag habt. Ihr spürt es vielleicht schon. In eurem Leben stehen wahrscheinlich große Veränderungen an. Sei es durch eine neue Beziehung, einen Jobwechsel oder einen Umzug. Es kann auch mehreres davon gleichzeitig zutreffen. Vielleicht sind diese Veränderungen schon im Gange, denn die Sonnenfinsternis wirkt bis zu drei Monate vorher und auch bis zu sechs Monate danach. Das heißt, auch wenn sich bis jetzt noch nichts getan hat, in den kommenden Monaten können noch große, wichtige Wandlungen in eurem Leben anstehen. Die Konstellationen dieser Woche fördern auch bestehende Beziehungen, vor allem verlässliche, tiefe und respektvolle Partnerschaften oder Freundschaften, die durch große Liebe und Zusammenhalt gekennzeichnet sind. Wer das Glück hat, eine solche Beziehung oder Freundschaft zu haben, wird wahrscheinlich erleben, dass sie nun noch stärker wird und dass der Zusammenhalt noch inniger ist. Und einige von euch werden sicher auch neue Dimensionen der erotischen Leidenschaft mit dem Liebespartner entdecken können. Das liegt daran, dass die Libidoplaneten Venus und Mars die ganze Woche über eine harmonische Beziehung eingehen, die auch von Stabilitätsplanet Saturn gestärkt wird. Besonders profitiert ihr von diesen fantastischen Liebeskonstellationen, wenn ihr im Horoskop Venus, Mars oder den Mond in den Zeichen Krebs, Fische oder Skorpion habt. Am Tag nach der Sonnenfinsternis und bis zum Wochenende gibt es noch viele erfreuliche Aspekte, die uns dabei helfen, alles, was rund um die Sonnenfinsternis hochgekommen ist, besser zu verstehen und zu integrieren. Wenn ihr das Bedürfnis verspürt, Dinge aufzuklären oder anzusprechen, die sich euch gezeigt haben, dann würde ich euch allerdings empfehlen, damit noch ein bisschen zu warten. Im Moment funkt der Mars im Krebs noch mit emotionalen Impulsen dazwischen, sodass ein gut gemeinter Versuch zur Klärung doch wieder einen Streit mit sich bringen kann. Wartet lieber bis zur nächsten Woche, die ist besser geeignet, um heilsame Gespräche zu führen und sich zu einigen. In dieser Woche kann man sich besser verständigen, indem man miteinander schöne Dinge erlebt oder auch erotische Momente auskostet und nicht zu viel über alles redet. Das waren die Tendenzen für die 40. Kalenderwoche. Mehr Einzelheiten dazu, wie die Sonnenfinsternis auf euer Sternzeichen wirkt, erfahrt ihr im großen Oktoberhoroskop. Und wenn ihr euch mit mir persönlich austauschen wollt, wie die Zeitqualität jetzt für euch wirkt oder auch mit Gleichgesinnten über Astrologie diskutieren wollt, dann kommt zu mir in die Sterne-Community. Da haben wir einen wunderbaren Austausch und unterstützen uns auch ganz wunderbar gegenseitig. Den Link dorthin findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch mal umschauen und die Feedbacks der Mitglieder lesen. Jetzt kommt erstmal gut durch die Finsterniszeit. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.